Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Beitragsreihe bei mir auf dem Kanal. Und zwar geht es dabei um Modellbaugrundlagen und ich richte mich dabei an Personen, die bislang noch nichts mit dem Thema Modellbau zu tun hatten bzw. explizit mit der Richtung Deorambau, Modelleisenbahnen oder Tabletop kann man eventuell noch mit reinnehmen, da so einige Sachen auch darauf übertragen werden können, obwohl die Maßstäbe da doch etwas anders aussehen. Also jetzt nicht der Maßstab des Aufwands, sondern der Maßstab, also der Umrechnung oder der Maßstabsfaktoren. Aber dazu komme ich dann später noch. Zudem werde ich mich auf die Nenngrößen konzentrieren, die in Kontinentaleuropa, also auf dem Festland, England ist ausgegliedert bzw. auch die USA sind ausgegliedert. USA ist natürlich nicht Europa, ganz klar. Aber da herrschen andere Umrechnungsmaßstäbe im Modellbahnbereich. Es gibt da zwar auch die H0, in England heißt sie dann, oder in Großbritannien heißt sie dann, oder wird sie jetzt 00 bezeichnet, hat aber auch einen anderen Maßstab. Bei uns wären es 1 zu 87 und die 00, also jetzt mal ein Nullbereich und die 00 wäre 1 zu 76. Und auch im Bereich der N-Spur, das ist dann die 9mm Spurbreite, da gibt es auch Unterschiede zwischen Großbritannien und dem Festland oder Kontinentaleuropa, wie es so schön heißt. Aber dazu komme ich dann auch nochmal, wenn ich dann auf die einzelnen Nenngrößen eingehe. Die Nenngrößen selber sind festgelegt in der NEM, das ist die Norm europäischer Modellbahnen. Also es ist wirklich genau festgelegt, wie was zu sein hat. Es gibt auch verkürzte Sachen, gerade im H0-Bereich, dass man anstatt 1 zu 87 dann 1 zu 100 nimmt. Bei Wagen, die werden dann etwas geschrumpft, wer schon mal im Miniatur Wunderland in Hamburg war, wird sich auch fragen, wie denn manche Städte oder manche riesengroßen Gebäude denn da über Platz finden. Da gibt es den einfachen Trick, dass zum Beispiel die Höhe wird einigermaßen im Maßstab 1 zu 87 beibehalten, aber in der Länge wird es gestaucht. Also in der Höhe muss man auch zu den Figuren passen, die kann man etwas schlechter kleiner drücken, die werden dann zu breit. Nein, aber dass die Höhe beibehalten wird und gerade bei großen Prunkbauten, bei Palästen und in der Breite werden sie dann zusammengestaucht. Es wird, wenn genug Möglichkeiten da sind, zum Beispiel auch mal eine Fensterreihe weggelassen. Es gibt da so kleine Tricks, wie gesagt, dass man große Gebäude dann auch dann anpassen kann, ohne dass sie halt allzu viel Platz wegnehmen. Aber einen Teil, eine Folge mit Gebäuden und Tricks da rein, werde ich auch nochmal machen. Es geht heute dann, wie gesagt, erstmal um die Größe, wo will ich denn überhaupt hin? Und es geht um die Spuren hauptsächlich, die ich jetzt hier auf den Tisch packe, beziehungsweise Nengrößen, die Wohnraum geeignet sind. Und obwohl die Größe 0 dann doch schon mehr Platz erfordert, wenn man da nicht eine kleine Modulanlage baut, beziehungsweise ein Segment baut, was halt nur 30 cm tief ist. Das geht auch mit der Spur oder Nengröße 0. Ein Wort, was immer wieder auftaucht, ist Maßstab. Und deswegen möchte ich auf die Frage eingehen, was ist ein Maßstab? Das ist kein Stab, den man zum Messen nimmt, Gliedermaßstab, wie ein Ursprung oder umgangssprachlich der Zollstock bezeichnet, ist eigentlich der Gliedermaßstab. Um den Maßstab geht es nicht, sondern die Umrechnung von Längen, wie ja zum Beispiel in technischen Zeichnungen auf Landkarten, Weltkarten oder auch bei Modellen eben angewandt wird, wo ein Objekt dann kleiner dargestellt wird oder auch größer dargestellt wird. Das gibt es nämlich auch in manchen Bereichen. Ja, der Maßstab ist das verhältnismäßige Verkleinern oder Vergrößern von, wie gesagt, Objekten wie Fahrzeugen zum Beispiel, Landschaften für Landkarten und dann eben in technischen Zeichnungen, wo was verkleinert wird, beziehungsweise vergrößert wird, je nachdem. Und da gibt es halt zwei Ziffern. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo habe ich denn hier mal ein... Da ist zum Beispiel was drauf. Das ist so ein... Das Ganze nennt sich Schriftkopf. Ich möchte jetzt nicht auf die, wie man eine technische Zeichnung einlegt, sondern da lässt sich am besten der Maßstab halt aufzeigen. Und da ist unten immer so ein Feld, wo halt der Maßstab beschrieben ist, der in so einer Zeichnung halt enthalten ist. In dem Fall ist hier drin 1 zu 1, 1 zu 2, 2 zu 1 und 5 zu 1. Die erste Zahl zeigt immer oder sagt immer das darüber hinaus, was auf dem Papier ist und was hinter dem Doppelpunkt steht, steht für das Original. Das heißt, entweder es ist eine Straße bei einer Landkarte zum Beispiel und oder zum Beispiel an einem Produkt, wie viel Zentimeter das dann im Original sind. 1 zu 1 bedeutet einfach nur, eine Einheit auf dem Papier ist eine Einheit am Original. Wenn ich jetzt den Tisch 1 zu 1 zeichnen würde, würde ich dann ein Blatt Papier brauchen, was genauso groß ist oder etwas größer ist, als der Tisch ist, wo ich dann genau die 60 Zentimeter aufzeichne und die 80 Zentimeter aufzeichne. Das bedeutet dann 1 zu 1 Einheit kann man dann, je nachdem wie die Maßangaben in der Zeichnung definiert sind, als 1 Zentimeter zum Beispiel nehmen. Deswegen als Beispiel 1 Zentimeter gezeichnet heißt 1 Zentimeter am Objekt. Bei 1 zu 2 bedeutet es, 1 Zentimeter, der gezeichnet ist, sind im Original 2 Zentimeter. Das heißt, der Tisch ist dann, die Zeichnung wird schon mal halb so klein, als es Original ist. Also die Zeichnung 1 zu 2 ist halb so klein. Bei 1 zu 5 wären es dann, wäre die Zeichnung 5 mal so klein. Lässt sich auch ganz gut an diesem Beispiel. Das sind alles Zeichnungen noch aus meiner Studienzeit. Deswegen, die Rechte liegen bei mir. Deswegen kann ich hier halt nutzen. Das andere ist immer so ein Problem. Was darf man zeigen? Und jetzt Kundenzeichnungen kann ich jetzt nicht irgendwie mal auf den Tisch packen und daran auch welche Beispiele nennen. Das ist zum Beispiel eine Stuhlzeichnung. Stühle werden allgemein dann im Maßstab 1 zu 1 gezeichnet. Und eine Übersichtszeichnung, die nur grob bemaßt ist, findet sich dann zum Beispiel hier oben. Die ist dann im Maßstab 1 zu 5. Das steht jetzt nicht dran, aber im Schriftfeld, was weiter unten ist. Und die Zeichnung ist sehr lang. Deswegen kann ich es jetzt nicht ausrollen. Da ist halt der Maßstab definiert, was man alles auf der Zeichnung findet. Und die Maßangabe ist hier in Millimetern. Das heißt also, ein Millimeter, der gezeichnet ist, ist ein Millimeter im Original. Und bei dieser Zeichnung 1 zu 5. Das heißt, ein Millimeter, der gezeichnet ist, sind 5 Millimeter im Original. Ja, trotzdem, so eine Stuhlzeichnung, das ist halt nicht viel, was man daran sehen kann. Unten im Besitzflächenbereich kommen dann ein paar mehr Maße, die man sehen kann. Da wird es ein bisschen spannender, aber hier erstmal so weit nicht. Deswegen habe ich die nochmal auf den Tisch. Damals Diplomarbeit gewesen. Auch ein riesengroßer Bogen, den ich jetzt nicht ganz aufhalten werde. Da ist zum Beispiel hier was drin im Maßstab 2 zu 1. Das bedeutet, 2 Zentimeter oder 2 Millimeter, die gezeichnet sind, sind 1 Millimeter am Original. Das heißt, es ist eine vergrößerte Darstellung. Was man halt machen kann, wenn man zum Beispiel so kleine minimale Bereiche aufzeichnet. Man kann natürlich auch größer gehen, zum Beispiel bei kleinen Zahnrädern. Dadurch, dass die Strichstärken auch in einer Norm festgelegt sind, sind die Hauptlinien in einer Breite von 0,5 Millimetern gezeichnet. Ob man jetzt von Hand noch zeichnet mit Rapidografen und sich damit immer einsaugt, gerade beim Befüllen. Manche kennen das vielleicht noch. Oder halt im CAD. Es ist halt definiert, welche Strichstärken wofür halt genutzt werden. Und die Hauptlinien sind halt 0,5 Millimeter. Und wenn man dann ein kleines Zahnrad hat, was irgendwie ein Durchmesser gerade mal 2 Millimeter ist, und da hat man außen bloß einen schwarzen Ring. Das sieht dann aus wie ein Autoreifen, aber nicht wie ein kleines Zahnrad. Und deswegen wird sowas dann vergrößert dargestellt. 10 zu 1, also 10 Mal so groß als im Original oder auch meinetwegen 20 Mal so groß. Und in manchen Bereichen hat es hier auch angewandt, zum Beispiel das hier unten. Im unteren Bereich hatte ich mal was 5 zu 1. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, gebe ich zu. Aber eben für diese Schalter, da gibt es dann noch so ein Kunststoffteil, was da eingesetzt werden sollte. Hier 1 zu 1. Und darunter das Ganze nochmal dann eben 5 zu 1. Also 5 Mal so groß, als es dann im Original ist. Da steht auch bei Schalterleiste, Details 5 zu 1. So, damit weg. Wir haben aber ganz andere Maßstäbe. Und zwar sind die halt eben dann in der Norm festgelegt. Das heißt also, wir haben zum Beispiel bei Spur oder Nenngröße 0 haben wir dann zum Beispiel 1 zu 45. Und deswegen also die, da kommen schon ganz andere Zahlen dann nachher zum Tragen. Es gibt auch so ganz interessante Maßstäbe in der Architektur. Der Maßstab 1 zu 33,3. Ja, da kann man wunderbar damit arbeiten. Gerade damals noch, als man noch mit Hand gezeichnet hat, ist noch gar nicht so lange, ja, das war in den 90ern. Gut, manche sind dann manchmal geboren gewesen wahrscheinlich. Das ist, ja, eine Handskizze. Ist keine Zeichnung, ist eine Handskizze. Erstmal der grobe Plan, wie ich damals meine Modellbahn in Anfang der 90er aufbauen wollte. Das heißt also, hier sieht man noch was Handgezeichnetes, teilweise mit Zirkel gemacht. Aber erstmal nur grob zurechtgestrickt. Die richtige Zeichnung habe ich leider nicht mehr finden können. Aber die ist wieder aufgetaucht. Und die ist im Maßstab 1 zu 10 gezeichnet. Das heißt also, 1 cm, der gezeichnet ist, sind im Original dann 10 Millimeter, äh, 10, äh, 10 Zentimeter. Äh, Quatsch, 1 zu 10, natürlich 10 Zentimeter. 1 Zentimeter gezeichnet, 10 Zentimeter im Original. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nicht, dass ich das falsch erzähle, nee, überall. Und hinten drauf sehe ich gerade hier auch noch so ein paar Skizzen mit Steigung und sowas, damit ich dann auch nicht ins Gehadere kam. Die Radien habe ich mit angegeben. Und da gibt es auch für jede Spur noch einzeln. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal die Übersicht zu den Maßstäben. Kommen wir nun zu den wohnraumgeeigneten, konventionellen Nenngrößen im Vergleich. Und ja, wohnraumgeeignet ist natürlich immer so eine Auslegungssache. Manche haben so viel Platz, dass sie zum Beispiel in der Torenhalle oder einen Riesenloft haben, wo auch eine Spur 2 oder Nenngröße 2 Anlage aufgebaut werden kann, die, keine Ahnung, 10 Meter lang ist und 5, 6, 7, 8 Meter tief ist. Also je nachdem, welcher Platz zur Verfügung steht. Aber ich fange mal mit der Nenngröße an, die Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Nenngröße abgelöst hat. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Nenngröße 1 von der Firma Märklin entwickelt. Und da sie dann doch noch etwas groß war, entschied man sich später noch dazu oder kam später dann noch die Nenngröße 0 dazu. Und da kann man fast sagen, dass die 0 so gesehen die Mitte darstellt, zu kleiner und größer werdend oder größer und kleiner werdend. Je nachdem, welche Größe man dann eben bevorzugt. Desto größer natürlich so eine Sache ist, desto einfacher ist natürlich auch die Ausarbeitung von obflichen Details. Ganz klar. Desto kleiner, wenn wir nachher im Maßstab 1 zu 220 sind, das ist die Nenngröße Z, die ich auch gleich noch aufzeigen werde, dann ist natürlich die Beschriftung und solche Geschichten oder irgendwas anzusetzen oder Person quasi eine kleine Laterne in die Hand zu geben, schon ganz anders, als wenn man jetzt die Nenngröße 0 oder vielleicht sogar 2 hat beziehungsweise oder eine Gartenbahn betreibt. Das ist halt immer eine Auslegungssache, beziehungsweise was man halt hat. Aber wie gesagt, ich beziehe mich halt auf die Nenngrößen ab 0 abwärts. Und da haben wir dann erstmal Lego. Ja, ich wollte es ja unbedingt noch mit auf den Tisch packen. Lego orientiert sich an keiner Nenngröße. Lego ist nicht genormt. Lego basiert auf Noppen und nicht auf Abmessungen vom Original. Ist auch von der Größe her, ich muss mal kurz messen, was haben wir denn bei Lego eigentlich für eine Spurweite, das weiß ich jetzt gar nicht, 38 Millimeter. Bei Lego haben wir eine Spurweite, das ist der Abstand zwischen den Schienen von 38, aber Lego wird nicht in Maßen gemessen, sondern in Noppen gemessen und da haben wir halt ein Gleis, was 8 Noppen breit ist. 8 Noppen, beziehungsweise der Zwischenraum zwischen den Gleisen sind 4 Noppen. Da gibt es nichts in Millimetern, das ist so gesehen die Pixel-Variante und normale Modelleisenbahnen orientieren sich halt, ist halt eine Vektor-Version des Ganzen. Die Nenngröße 0 habe ich erwähnt. Das wäre dann dieses Stück Gleis, was ich hier mal zurechtgelegt habe, ist aus den 50er Jahren, also nicht Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Spur 0 auf den Markt kam oder die ersten Produkte davon auf den Markt kam, sondern halt, wie gesagt, aus den 50er Jahren von der Firma Fleischmann. Ganz kurz eine Sache, die Profile, beziehungsweise sind Profile, es sind keine, also sind U-Profile, die halt gebogen wurden und unten drunter sind die mit der Pappe, das sind Pappschwellen, eben dann so umgeknickt, damit das Ganze hält. Der Pellbock ist aus teilweise Holz, da haben wir hier Messingteile und auch, ich glaube, Guss, ne, das ist doch, das ist Guss, also Komplettmetall, der dann aufgesetzt wurde, steht aber auch ein bisschen schief, hat sich ein bisschen verdreht und das Ganze wurde nur einfach zusammengeschoben, ohne Schienenschuhe, wie man es beim modernen Gleisen eben dann kennt. Aber das ist, wie gesagt, die Nenngröße 0. Bei den Nenngrößen haben wir dann noch den zweiten Wert, und zwar den Maßstab und nachher noch die Spurweite. Also das besteht so gesehen immer aus drei Elementen, das Buchstabenkürzel, dann der Maßstab und die Spurweite. Und hier haben wir einen Maßstab von 1 zu 45 und eine Spurweite von 32 Millimetern. Wir hatten hier bei Lego 38 Millimeter und einen ziemlich engen Radius sogar. Ich kann das ja eben zeigen. Der Tisch ist 60 tief und geht also gar nicht mehr so über die Hälfte auf jeden Fall drüber hinaus. Ein Radius bei der Spurweite 0 sieht dann so aus, würde jetzt auch nicht auf den Tisch passen. Man sieht also, man hat schon einen ziemlich großen Bogen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit modernen Gleisen aussieht, aber kleiner als diese Radien. Aber dieser Radius wird das Ganze auch nicht sein. Dann die nächste Stufe, wie gesagt, Nenngröße 0. Dann wurde die Spur halb 0 oder H0 entwickelt. Ist eigentlich so gesehen die bekannteste und verbreiteste Spur. Die hat den Maßstab 1 zu 87 und eine Spurweite von 16,5 Millimetern. Und was ich jetzt bis dahin sehen konnte, der kleinste Radius wurde mal vom Fleischmann rausgebracht mit 250 Millimetern. 25 Zentimeter bei H0 ist nicht viel. So, das wäre der Radius gewesen. Und das ist wirklich nicht viel. Der gängige ist halt so um die 360, 356 Millimeter. Und das ist schon verdammt eng, wenn man halt lange Wagen fahren möchte. Und manche Fahrzeuge würden da, glaube ich, auch gar nicht durchkommen. Gerade von kleinen Serienherstellern, die sehr auf Details achten. Da, dass die Wagen ziemlich tief liegen. Da gibt es so einige Sachen, wo es dran hapern würde, dass die dann die engen Radien nicht fahren. Ich kenne das halt aus dem N-Bahn-Bereich. Da sind auch gerade bei den, ja, Herstellern, die halt wirklich Wert auf Detailtreue legen, dann die Einschränkung da, dass sie nicht durch einen kleinen Radius fahren können. Aber wie gesagt, das ist dann die Nenngröße H0. Darauf folgte, hier im damaligen West-Bereich nicht so akzeptiert, ist die Nenngröße TT mit dem Maßstab 1 zu 120 und einer Spurweite von 12 Millimetern. Ich halte die nochmal eben nebeneinander. Diese war aber in der damaligen DDR sehr beliebt und auch in den daraus sich gebildeten Bundesländern immer noch sehr beliebt. Also der Anspruch, der Zuspruch ist halt immer noch da. Langsam im Westen kommen sie auch dahinter, das TT, was sich aus dem TT bedeutet eigentlich Tabletop. Daher kommt es, davon ist das die Abkürzung, also Tischoberfläche. Dass sich die jetzt auch hier so ein bisschen etabliert, weil sie nimmt nicht so viel Platz weg wie die H0 im Maßstab 1 zu 87. Aber ist vom Detailgrad noch her so, dass man doch noch eine ganze Menge mit aufbauen kann, was nachher in einer anderen Nenngröße in einer anderen Nenngröße eben nicht ganz so einfach ist. Ja, und hier haben wir den ganzen Radius von, was ich rausgefunden habe, von 267 Millimetern. Jetzt vom, ne, dann haben wir da eben 267. Jupp. Ja, da können wir zumindest schon mal einen Kreis hier auf den Tisch. Darauf, auf die TT folgte dann, beziehungsweise ungefähr zeitgleich, dann gab es auch noch die Spur N. N steht für 9 Millimeter und so ist auch die Spurweite und die Spur N, äh, Nenngröße N, Spurweite 9 Millimeter ist im Maßstab 1 zu 160. Ja, das ist ein Gleis jetzt von Miniatricks zum Beispiel, aber auf verschiedene Gleisarten gehe ich, werde ich auch noch mal eingehen. Aber ich erkenne es nur gerade, weil das halt die breiten Schwellen sind. Rocco waren etwas schmalere Schwellen und Fleischmann unterscheidet sich auch. Aber wie gesagt, darauf komme ich dann auch noch mal drauf zurück. Und bei der Spur N haben wir den kleinsten Radius von 194 Millimetern und da habe ich auch einige Fahrzeuge, die da eben schon nicht mehr durchlaufen. Ja, und die kleinste, serienmäßig gefertigte Bahn, gut, mittlerweile gibt es auch die, äh, noch eine kleinere. Allerdings, äh, ist da das Produktangebot noch nicht ganz so. Die hat eine Spurweite von 3,5 Millimetern und die Nenngröße Z, ja, seit den 70ern durch Märklin etabliert. Mittlerweile gibt es auch andere Hersteller. Märklin war lange Zeit so gesehen der Einzige, die Einzige Firma, die halt im Maßstab 1 zu 220 gefertigt hat. Die hat eine Spurweite von 6,5 Millimetern und den kleinsten Radius von 145 Millimetern. So. Und da muss ich sagen, da Schienen ja doch recht langweilig sind, werde ich jetzt auch mal ein paar Fahrzeuge dazustellen. Nö, fange ich mit der an. Da haben wir dann zum ersten Mal erstmal Lego. Muss mit dabei sein, finde ich. Geht gar nicht anders. Sollte mit dabei sein. Einfach so, um jetzt großen Unterschiede zu sehen, von, äh, gerade bei Personen, die jetzt noch nicht irgendwie, äh, sich das so erklären können, wie denn die anderen Spurweiten sind. Denkmal ist Lego immer noch so als, Anhaltspunkt immer noch ganz nett. So, dann kommen wir zur Spurweite 0. Da habe ich leider keine Dampflok. Da habe ich bloß dieses schöne Produkt. So. Ob die jetzt überhaupt noch fährt? Ich habe sie leider, ich habe sie, ich traue mich nicht, sie zu testen, noch mal unter Strom zu setzen. Die stammt noch von meinem Vater, aus seiner Kindheit. Genau wie die Schienen auch. Ja, das ist also der größte Null. Ist also wirklich, man hat was in der Hand. Ne, gibt es natürlich auch modernere, ähm, Fahrzeuge mittlerweile mit sehr viel mehr Details. Sie ist noch, so gesehen, noch populär. Ich weiß gar nicht, warum das eine Rad hier hochsteht. Und wie kippelt sie ein wenig. Da, das müsste ich mal untersuchen. Das wäre jetzt noch gar nicht so bewusst gewesen, dass es eben so ist. Ja, aber ich stelle sie mal so drauf, das eine Rad ist, so ein bisschen hin, so ein bisschen eingemassen aussieht. Aber irgendwie passt sie nicht so richtig drauf. Ich glaube, die steht da. Ich glaube, das ist eine Rad hier ist ein bisschen. So, okay. Jetzt geht es einigermaßen. So, okay. Dann kommen wir hier zur Nenngröße H0. Auch noch von meinem Vater. Eine Baureihe 80. Ich stelle sie einfach mal so davor. Dann sieht man schon mal den Unterschied. Also, H0 ist schon mal kompakt. Ist auch die Größe, die man halt von Märklin-Bahnen kennt. Ganz kurz mal eingeworfen. Märklin, das waren die mit den schönen Blechschienen, die sich wunderbar für Teppichanlagen geeignet haben. Weil die waren, ja, die lassen sich einfach super zusammenstecken. Was bei anderen Schienen halt nicht ist. Die rasten schön zusammen und konnten auch für Teppichbahnen. Das heißt also, einfach eine, man hatte Lust, mit der Eisenbahn zu spielen, hat das Ding einfach auf dem Teppich, Auslegewaage, dann ausgelegt. Laminat gab es derzeit ja noch nicht. Oder Linoleum. Das hätte man auch machen können. Aber Teppich war natürlich dann Usus. So, das war die Nenngröße H0. Dann kommen wir zu TT. Ein ähnliches Produkt. Allerdings ist das dann die 89, aber ähnlich aufgebaut. Weil ich glaube, ich frage die mal so ein bisschen versetzter, damit man nachher noch was sehen kann. Das ist dann die Nenngröße TT. Dann kommen wir zu der Nenngröße N. Da wird es schon ein bisschen klein und frickliger. Da sieht das Ganze dann schon mal so aus. Und dann natürlich noch die Nenngröße Z. Da wird es richtig klein. Und dann die Lego-Lok eben mal so daneben als kleiner Anhaltspunkt. Und da kann man schon sehen, gut, es sind jetzt verschiedene Epochen. Diese beiden, die stammen so, die meine ich aus den 60er Jahren, aus den 50er Jahren, die ist immer noch relativ aktuell. Auch vom Detailgrad her werden, war die also auch recht langlebig, dass die Werkzeuge weiter benutzt wurden, dass die keine Überarbeitung erfahren hat. Genauso wie die kleine Märklin Miniclub. Die kann ich mal kurz und ein bisschen weiter dran halten. Das ist also dann die Spur Z. Ja, sehr lange Zeit. Die kleinste, funktionsfähige, kein Standmodell, sondern wirklich funktionsfähige Modellbahn. Und da muss man halt wirklich dann entscheiden, wie viel Platz habe ich? Was traue ich mir zu? Was reicht mir aus? Welcher Detailgrad reicht mir aus? Und dass die Z wirklich funktioniert, da habe ich mir mal einen kleinen Kreis hingelegt. Das ist ein Vollkreis in Spur Z. Das hier oben was fehlt, da wollte ich mal eine Feldbahn rausbauen für N. Aber, beziehungsweise eine Straßenbahntrasse. Das war nun mal ein Versuch, da habe ich mir was aus der Schiene weggegnibbelt. Ist aber auch schon Jahre her. Das war nämlich, auf der damaligen Anlage wollte ich das nämlich einplanen. So, ich schiebe mal eben die Fahrzeuge zur Seite. Das kleine Geleihstück zur Seite. Und man sieht die Schienen halt wunderbar zusammen. Das liegt bei den Z-Gleisen daran. Vielleicht kann man es hier erkennen. Da vorne, da ist nämlich so eine kleine, hier ist eine Nase und da ist so eine Aussparung. Wie bei so einem Puzzle. Und die klicken zusammen und dadurch halten die Schienen auch wunderbar eben zusammen. Die kann man auch fast als Teppichbahn nehmen, ist aber trotzdem ein bisschen, ja, ein bisschen vage. So. Und damit es da nicht so, ganz so trist ist, hau ich hier nochmal ein paar Wagen drauf. Die stammen auch aus den 70er Jahren. So. Man sieht aber schon, die Abstände und die Kupplungen wirken halt sehr, sehr groß in der, in der Nenngröße. Diese Kupplungshaken sind also fast so groß wie bei der Nenngröße N. Ja, hau ich hier auch mal dahinter. So. Jetzt habe ich gesagt, es ist kein Standmodell, man sieht aber auch kein Trafo. So ein bisschen. Na, solche hauen die Schienen nicht zusammen. Und da rüttelt sie rum. Wenn ihr mal irgendwo lesen solltet, bei Ebay, bei Gebrauchthändlern, auf dem Flohmarkt, ich konnte die Lok leider nicht testen, wenn man nachfragt, von wegen, wie ist denn die Funktionsfähigkeit? Konnte ich nicht testen, ich habe kein Trafo. Habt immer ein, bei Ebay ist schlecht, klar, logisch. Aber wenn ein Verkäufer so etwas schreibt, der hätte genauso gut mal das Ganze antesten können mit einer Batterie. funktioniert dann auch bei N, ist überhaupt kein Problem. Ich muss den Z-Zug hier erstmal ein bisschen. Funktioniert auch rückwärts. Batterie umdrehen, umpolen und läuft. Batterie ist schon ein bisschen schwach. Also es sollte schon ein frischer 9-Volt-Block sein, den man auf den Schienen hält. Dann funktioniert das auch. Oder, TT, genau das Gleiche. Kann man mal eben so zum Prüfen machen, ob das, ob sie denn überhaupt Motorlastung hat, ob das Ganze durchkommt. Jetzt ist natürlich das Gleischen ein bisschen kurz, aber man sieht, die Lok bewegt sich aus eigener Kraft. Das schiebe ich doch mal lieber da wieder davor. So, dann schiebe ich die H0 auch daneben. Und funktioniert auch mit der H0. Wenn sie noch läuft, ja, ruckt. Ist also nicht das Problem, mal eben so einen kurzen Test zu machen, kann man mal einen neuen Volt-Block an die Schienen halten und das Ganze prüfen. Also nicht mal alles glauben, was irgendwo steht. Oder was auch mehr sagt. Hier schon, natürlich. Ja, dann so viel zu den Nenngrößen, zu den kleinen Unterschieden, die es denn da gibt. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, den untergeordneten Spurweiten. Die Normalspur hat ja eine Spurweite von 1435 Millimetern und darunter gibt es auch noch schmalere. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Harz-Querbahn oder Brockenbahn denkt, das ist jetzt das, was bei mir in der Gegend ist, aber es gibt ja noch viele andere Schmalspurbahnen, wie auf Rügen beispielsweise oder, oder, oder. Ja, Zugspitzbahn gehört zum Beispiel auch dazu. Die unter der Normalspur liegende, die nächste Spur wäre dann die Metaspur. Die wird auch als M bezeichnet. Das heißt, also wenn wir jetzt von der Nenngrößen 0, wäre das dann 0 M. Die nächste Variante wäre dann, oder Version wäre dann die E für Engspur oder Schmalspur. Dafür spielt das E, also 0 E. Darunter liegt dann das I, oder kommt das Kürzel I, oder auch F. Das steht dann für Industrie- oder Feldbahn. Und darunter gibt es dann noch das P. Und das bedeutet Parkbahn. Also sowas wie, ich nenne mal Heidepark oder Ersepark. Das ist so, was bei mir jetzt so in der Region ist und wo ich dann auch schon mal vor Ort war. Das sind dann diese kleinen Bahnen, nicht unbedingt diese ganz kleinen Eisenbahnen, aber da, ja, diese Parkbahn, die halt dann irgendwie so eine ganz schmale Spur haben von 40 Zentimeter oder 400 Millimeter Spurweite. Diese kleinen Rumpelzüge, die dann halt eben durch die Parkanlagen fahren. Und selbst das kann man natürlich dann auch im Modell umsetzen. Oder man baut sich nur eine Parkbahn auf, dass man schön, ja, sag ich mal, einen englischen Garten, keinen französischen Garten, so einen englischen Garten baut, wo dann halt so eine kleine Parkbahn durchfährt. Kann man natürlich alles machen. Man steht ja frei, man ist der Architekt seiner eigenen Welt. Bei der Spur 0 im Maßstab 1 zu 45, da könnte man dann als 0 E, das heißt also die, nee, M kommt ja zuerst, die Meterspur, das wäre dann eine Spurweite von 22,5. Wird dann schon ein bisschen schwerer. Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, welche man dann daneben kann. Aber darunter die 0 E, die Engspur, was ja auch Schmalspur ist, das wäre ja die Meterspur, die Engspur würde man dann auf die H0 Breite zugreifen mit 16,5 Millimeter Spurweite. Darunter die I, also die Parkbahn, wäre dann mit 12 Millimetern die TT-Spur zugesehen und als Parkbahn würde dann bei der Nenngröße 0 die Nenngröße N dienen. Nicht unbedingt die Schienen, beispielsweise jetzt hier, was hier auf dem Tisch liegt von mir, die Minitrix-Schienen, weil sich eine Parkbahn, wenn man sich die Schienen mal genau anschaut, das ist eine runterskalierte Normalspur und eine runterskalierte Feldbahn, beispielsweise, da könnte man improvisieren, indem man dann jede zweite Schwelle quasi kürzt, da nachher der Schotter noch drankommt, so wie hier, das eine Ding ist herausgebrochen, dass der Abstand dann größer ist. Das ist dann, das müsste natürlich hier in der Mitte die Schwelle natürlich auch rausgenommen werden, wäre dann schon eher am Original. Da müsste man sich dann halt mal Park- beziehungsweise Parkbahn oder eben auch die Feldbahnschienen dann eben anschauen. Ja, dann kommen wir zu der größeren H0. Mit H0 geht das Ganze natürlich auch. Da habe ich dann auch ein bisschen mehr noch dazu. Also H0, genau, mit der H0 könnte ich nochmal zeigen, mit jetzt nicht das M-Gleis von Märklin unbedingt, sondern eher ein K-Gleis oder ein spezielles Gleis, was es ja mittlerweile auch gibt. Aber zu Gleisen speziell komme ich auch nochmal. Jetzt geht es ja um die Größen, dass man zum Beispiel dann, der Radius ist jetzt hierbei fast gleich, also da gewinnt man jetzt nicht unbedingt so viel. Aber wenn man bei der 0 zum Beispiel die, jetzt hänge ich hier fest, die N einsetzt bei der Parkbahn, wir haben trotzdem die, können alles im Maßstab 1 zu 45 bauen, aber man sieht, im Radius verändert sich schon was. Das heißt also, auf einer Tischbreite von 60 cm kommt man dann schon ganz gut hin, um eben einen Kreisbogen fahren zu lassen. Und dann kann man sogar nochmal so einen Schlenker reinbauen. Das ist also damit schon mal möglich. Oder ein Abzweiggleis, was mit der 0 selber eben dann auch ein Problem wird. Aber wir können es trotzdem noch vom Detailgrad her an der Null orientieren. Jetzt kommen wir zu H0. Das heißt also, wir haben hier diese Spurweite dann eben von 16,5 mm. Ich glaube, ich habe vorhin auch mal 18 gesagt, aber ich meine natürlich 16,5. Da wäre dann die H0M, das heißt also die Meterspur, würde sich dann im Bereich des 12 mm TT-Gleises bewegen. Dann die Schmalspur, die würde sich dann im N-Bereich bewegen. Und die Feldbahn dann zu H0. Das sind auch nochmal die Kreisbögen. Das wäre jetzt Feldbahnradius zu kleinsten Radius, zumindest bei den M-Gleisen. Da würde man auch eine ganze Menge gewinnen. Also im Maßstab H0 oder in der Lengengroße H0 kann man also eine schöne Feldbahn auf, oder eine Feldbahnlandschaft auf 80 mal 60 cm aufbauen. Was halt mit einer normalen, mit der Normalspur schon mal etwas schwer wird. Da kriegen wir ja nicht mehr den kleinsten Kreisbogen hin. Und auf kleinsten Kreisbögen sollte man sowieso nur kurze Wagen fahren lassen mit maximal zwei Achsen, weil sonst der Überstand zu groß ist. Aber wie gesagt, dazu komme ich dann beim nächsten Mal, wenn es dann um die Gleise und die Fahrzeuge geht. Oder die Grundlagen dazu. Gut, das war H0. Dann kommen wir zur Nenngröße TT. Da wäre dann die Meterspur darstellbar in der Umbeschienen oder Material der Nenngröße N. Und die nächste Spur wäre dann die Engspur. Ja, vielleicht könnte man das dann bei der TT auch als Feldbahn nehmen, dass man dann eben auf das Z-Gleis zurückgreift. Bei N wird es dann schon ein bisschen kniffliger. Wenn wir also die 9 mm als Normalspur haben in der Nenngröße N oder Maßstab 1 zu 160, dann wäre die Meterspur. Also Straßenbahnen würden sich dann im Bereich der Z bewegen. Also im Maßstab 1 zu... wäre ja trotzdem 1 zu 160, aber eben man kann auf Material im Maßstab 1 zu 220 zugreifen. Das heißt also, eine Straßenbahn im engen Radius fährt also auch schon... Ja, kann also schon ganz andere Bögen fahren. Kann man also auch wunderbar dann ins Straßenbild einbauen, wenn man seine Stadt großzügig auslegt. Natürlich, aber eine kleine Stadt mit Straßenbahnen, das ist dann eh ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, das wäre so vom Serienprodukt das Kleinste, was da wäre. Es gibt allerdings noch unter dieser Spurgröße, Nenngröße, unter der Spur Z oder Nenngröße Z gibt es dann noch die ZZ mit 4,5 mm beziehungsweise gibt es dann noch die T. Das heißt also, das T steht in dem Fall nicht für Table, sondern für 3, also für die Nummer 3, weil das Gleis eben auch nur 3 mm Spurweite hat. Das muss man sich auch vorstellen. Ich muss mir unbedingt mal ein Gleis davon besorgen, denn noch kleiner als das hier und da fahren Züge noch auf den Schienen. Finde ich also schon sehr faszinierend und diese 3 mm würde sich dann, denke ich mal, auch schon ganz gut für eine Feldbahn für den Maßstab 1 zu 160 die Nenngröße N eignen. Ja, und bei Z wird es dann natürlich etwas problematischer, wenn wir jetzt bloß noch als Normalspur die 6,5 mm haben. Da jetzt noch was drunter zu packen, könnte man höchstens mit der ZZ, obwohl ZZ ist von Bandai, die haben sonst Bausätze, da habe ich welche liegen, aber die sind gerade etwas eingebuddelt, herausgebracht. Kommt aus Japan, sind allerdings Kunststoffschienen, also Schotterbett und die Schienen leicht mit drangespritzt. Das ist alles eins und die fahren mit Batteriebetrieb und also die Batterien, Knopfzellen sind in den Fahrzeugen und der Detaillierungsgrad ist auch nicht so prall. Also mehr, ja doch wirklich mehr Spiel halt. Also nichts so, ja, im Modellbau versucht man trotzdem so an dem Original so dichtemütig ranzukommen, selbst in den ganzen Spurgrößen oder Nenngrößen den Detaillierungsgrad so zu setzen, dass man selbst mit dem Teleobjektiv oder wenn man halt nicht Tele, sondern Makroaufnahmen macht, kaum noch unterscheiden kann. Handelt es sich jetzt um ein reales Bild, also von einer realen Landschaft 1 zu 1 oder eben von einer Modellbahnanlage. Da gibt es also wirklich Meister des Fachs, die das vortrefflich hinbekommen. Die also zum einen Meister im Modellbau sind und dann noch Meister in der Fotografie sind, um das halt so gut dann auch abzulichten, auszuleuchten, dass da wirklich kaum ein Unterschied besteht, dass man erst mal gucken muss, ist das jetzt irgendwie, sieht es komisch aus, aber nee, was ist, ach, ach, das ist ja ach, sach-Effekt halt, ne? Ja, allerdings gibt es bei der Z dann noch die Möglichkeit, eben auch auf diese 3mm Spur überzugehen. Das heißt also, bei der Engspur, bei der Schmalspur kann man dann aber auch, oder vielleicht auch, kann man es auch als für die Metaspur für den Straßenbahn nehmen, dann eben die 3mm T-Spur nehmen. Wie gesagt, habe ich jetzt leider kein Beispiel bei, muss man sich auch vorstellen, ist nochmal so groß die Halb-Z. HZ gab es Anfang der 90er, nannte sich auch so, HZ, beziehungsweise Halb-Z. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich habe irgendwo noch ein Prospekt liegen, von denen, die hatten mal auf der Spielwarenmesse in Nürnberg ausgestellt, aber das ist dann wieder in Vergessenheit geraten, weil die Technologie damals auch noch nicht so weit war, dass die Modelle wirklich günstig hergestellt werden konnten. Mittlerweile wird es alles immer kleiner, die kleinen Mikromotoren, wirklich eine Wahnsinnsgeschichte und da kann man dann wirklich auch in dem Z-Maßstab, oder in der Z-Größe, dann noch kleiner werden und auch eine kleine Lohrenbahn machen. Allerdings ist es dann so, dass dabei die Fahrzeuge meistens nicht motorisiert sind, zumindest so eine Feldbahn-Lok wäre halt zu klein, da gibt es dann die Geisterwagen, wo der Motor dann halt im zweiten Wagen ist. Der ist dann meistens wie so ein Helpswagen ausgelegt, wie so ein kleiner Güterwagen, wo eben dann der Motor drin sitzt, wo eben noch genügend Platz in dieser ganzen Miniaturgeschichte halt drin ist. Ja, das wäre es dann soweit zu den Nenngrößen, Spurweiten und Maßstäben, die, ja, sag ich mal, Wohnraum geeignet sind. Was sich aber auch ableiten, ist dann auf andere Bereiche, ob man jetzt einen normalen Dioramen bauen möchte, ob man ein Star Wars-Dio bauen möchte, da kann man dann natürlich auch auf Materialien hier raus zurückgreifen, obwohl die Maßstäbe natürlich anders sind. Wie gesagt, die Bausätze von Bandai oder Revell sind in dem Bereich dann 1 zu 72 und H0 haben wir zum Beispiel 1 zu 87. War ich dann schon ein bisschen ab, beziehungsweise 122 meine ich, war das bei Bandai, muss ich kurz gucken, steht da jetzt nicht, nee, kann ich jetzt darauf nicht sehen, oder, nee, 144. die kleinen Bandai-Bausätze und bei N sind wir bei 160, 1 zu 160 im Maßstab. Könnte man eventuell sich aber trotzdem noch ein bisschen mit aushelfen, dass man da dann was generiert. Wie gesagt, es muss ja keine realistische Geschichte sein, die man dann umsetzt. Ich würde es auch mal interessant finden, dann andere Sachen zu sehen, wie zum Beispiel ein Konvextransport, zum Beispiel in der N-Große N, der dann mit den anderen Bandai-Bausätzen dann auch irgendwie kombiniert wurde. Stell ich mir auch sehr spannend vor, sowas mal auf die Beine zu stellen. Fehlt mir halt jetzt momentan die Muße zu, da die Gehäuse zu konstruieren, zu dem, naja, möchte ich jetzt nicht so auf das Thema Star Wars eingehen, aber wie gesagt, es ist alles offen. Oder ein Mad Max Layout, oder überhaupt ein Inside Layout, oder, 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 oder. Man kann also quasi machen, was man möchte, kann auf das normale Schienenmaterial zurückgreifen, was also, Omas so gesehen auch auf dem Gebrauchtmarkt vorhanden ist. Aber zum Gebrauchtmarkt, zu Neuware komme ich dann in der nächsten Folge. Wett es denn dann um das Gleismaterial und eben die Fahrzeuge geht, wo dann die Unterschiede liegen, was kann man kombinieren, was kann man nicht kombinieren. Und somit bedanke ich mich erstmal vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es würde mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017